Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich Willkommen hier bei der neuen Ausgabe am Tele-Stammtisch. Mein Name ist Kathi und heute meine Seite liebe Werner. Hallihallo. Grüß dich. Und wir reden heute über den Film Die Gleichung ihres Lebens, der jetzt am 27. Juni 2024 in den Kino startet. Und magst du kurz mal zusammenfassen, was es geht? Ja, also es geht um die junge Margaret, die ihre Doktorarbeit macht und sich da mit der Vermutung von Goldbach auseinandersetzt. Also da geht es um ungelöste Theorien in der Mathematik, Physiologie und was weiß ich alles. Also sehr viel Schulkram, was wir alle immer geliebt haben. Und sie vertieft sich so extrem in dieser Formel, dass sie sich ein bisschen dabei verliert, könnte man fast sagen. Aber mehr sei an dieser Stelle mal nicht verraten. Genau. Sie will für Doktorarbeit, da arbeitet sie schon seit drei Jahren an, halt einen Beweis finden für eine Formel, die noch nicht bewiesen wurde. Und arbeitet da schon drei Jahre dran mit ihrem Doktorvater. Und dann stellt sie das Ding so zum ersten Mal, teile der Beweise einem größeren Publikum vor. Und dann sitzt da so ein Typ im Publikum, der so meint, jo, so kannst du das nicht machen, das funktioniert so nicht. Und auf einmal ist die Arbeit von drei Jahren zunichte gemacht und sie weiß nicht so recht, was mit ihrem Leben anfangen soll. Ja. Und ich studiere selber, sozusagen mache ich meinen Master. Und ich finde, was der Film sehr, sehr gut macht, ist, wie er diese ganze Forschung darstellt. Also was es bedeutet, dann irgendwas zu forschen. Dass es nämlich auch nicht immer nur ist, oh man findet da coole neue Sachen heraus und das funktioniert dann. Sondern dass es auch sehr, sehr viel Frust ist. Sehr, sehr viel, ich stecke Jahre meines Lebens da rein und es kommt am Schluss nichts raus dabei, weil es funktioniert einfach nicht. Und auch, was man dann auch im Spätenverlauf im Film finde ich sehr gut sieht, wie viel Konkurrenzkampf da tatsächlich dabei ist und wie knapp sowas sein kann. Ich meine, da kennt man Geschichten aus der Geschichte wie Tesla und Edison jetzt für Ektrizität und so Zeug, dass zwei Leute an den gleichen Sachen forschen. Einer ist dann irgendwie eine halbe Stunde schneller als der andere und bekommt den ganzen Ruhm ab. Oder jemand klaut einem die Beweise oder was auch immer und es heimst den Ruhm ein. Aber wie kompetitiv dieses ganze Feld eigentlich ist und wie finanziell unlukrativ Forschung eigentlich ist. Und ich finde, dass das der Film sehr schön zeigt. Ich weiß nicht, ging es dir, oder? Ja, ganz genau so. Also ich habe das Ganze aus einer anderen Perspektive gesehen. Aber bei mir ist es genauso rübergekommen, wie du es gerade beschrieben hast. Das ist halt eben nicht einfach nur Friede, Freude, Regenbogen. Sondern da steckt eine ganze Menge Frust drin, viel harte Arbeit. Und da muss man halt richtig viel Leidenschaft reinstecken. Und man muss es auch wirklich wollen, weil ansonsten siehst du halt keine Ergebnisse. Und ich habe den Film ja, wie gesagt, aus einer ganz anderen Perspektive gesehen. Ich habe da nichts studiert. Ich kannte den Film vorher gar nicht, weil er bei mir in der Sneak Preview lief. Und ich hatte meine Eins in Mathe, so ist es nicht. Aber wenn es um Gleichungen ging, da hat es dann irgendwann bei mir auch mal so keinen Spaß mehr gemacht. Und ich dachte mir, ja, mach einfach fertig. Also mich hat das Thema nie irgendwie gejuckt. Aber ich muss tatsächlich sagen, dafür, dass ich es komplett hinter mir gelassen habe, hat dieser Film eine irgendwie unbeschreibliche Art der Faszination in mir ausgelöst. Und das Gute ist, ich habe mich mit anderen Leuten drüber unterhalten. Und die haben auch gesagt, ja, irgendwie hat dieser Film eine gewisse Art Faszination. Aber ich weiß nicht, wieso. Und ich glaube, das ist ein bisschen so Teil der Wissenschaft. Ja, aber es ist vielleicht auch so. Also wenn man so Filme kann, also sowas über Babylon oder irgendwas über Hollywood zum Beispiel schaut, da hat man ja auch so eine, wenn man da jetzt außenstehend ist und keine Ahnung von dem Milieu oder wie ich sage, Sachen dort ablaufen und so, dann findet man das ja automatisch irgendwie faszinierend. Oder auch, wenn man dann auf einmal irgendwie mitbekommt, wie so Veranstaltungen organisiert werden, dass irgendwo mal sieht oder wie, keine Ahnung, Nachrichten funktionieren. Dann hat man, also zumindest ich habe dafür immer so eine Faszination, wie Sachen ablaufen und wie Sachen in anderen Branchen passieren oder wie die geregelt werden. Ja. Vielleicht ist es dafür die gleiche Faszinierung dafür, wie Forschung abläuft. Ich glaube, es ist halt eben auch deswegen so faszinierend, weil das eben etwas ist, was man allgemein in Filmen, im Kino, in Hollywood selten sieht. Eben so diese Art der Studien, diese Art, wie diese Person da schon fast verzweifelt mitarbeitet, Tag und Nacht an nichts anderes denkt, nichts anderes mehr, sich auf nichts anderes mehr einlassen kann. und dann die ganze Bude in dem Sinne auch auf den Kopf stellt, nur wegen diesem einem einzigen Ziel. Das ist halt eben so eiskalte Leidenschaft, so zielstrebig, wie man es eben selten sieht. Und das kann man im Sportbereich oft sehen. Sportfilme zielstrebig sieht man ja sehr oft. Und das Ganze jetzt halt eben mal übertragen auf Mathe, aufs Lernen. Das wurde interessant dargestellt und auch echt gut erzählt, wie man das rübergebracht hat. Ja, wobei ich das sagen muss, also wie gesagt, ich finde den ganzen Teil mit der Forschung wirklich mega erzählt. Ich finde es auch gut, dass sie endlich mal eine Frau in der Forschung in den Mittelpunkt rücken, vor allem in so einem Gebiet wie jetzt in dem Fall Mathe, wo halt Frauen immer noch die Minderheit sind, ganz klar. Und was mich dann aber doch sehr stört an dem Film, leider, obwohl er, also die Regisseurin heißt Anna Novion, und obwohl er viel mehr Regisseurin hat, finde ich trotzdem, dass er leider sehr, sehr stark in Klischees abdriftet. Teilweise, ja. Ich finde, ich finde es schade. Also, warum braucht sie einen Love Interest? Das verstehe ich gar nicht in diesem Film. Das trägt nichts dazu bei, die zwei könnten genauso gut einfach Kollegen bleiben und sich diesem Problem widmen. Es trägt nichts dazu bei, dass sie das voneinander empfinden und dass das so endet. Und ich finde halt leider auch, dass sie dann trotzdem irgendwie das Klischee von so einer, auch nicht große Anführungszeichen, so einer verrückten Wissenschaftlerin oder verrückten Forscherin ist, die sich halt wirklich nur auf das konzentriert, die so keine Ahnung von allem drumherum hat und so. Keine Ahnung vom Leben, ne? Ja, genau. Und das finde ich leider ein bisschen schade, weil, wie gesagt, der Film hat so einen guten Blick auf dieses ganze Forschungselement da. Und auch, was es eben auch bedeutet, wenn dein Doktorvater dir nicht den nötigen Rückhalt gibt zum Beispiel. Was in dem Film ja auch passiert, dass sie ja eigentlich komplett auf sich alleine gestellt ist da, weil der Typ auch irgendwie seine Probleme mit der Vergangenheit hat und so. Und wenn der einmal drüber geschaut hätte, dann nochmal, wie sie ihn fragt, wäre es wahrscheinlich gar nicht so weit kommen. Aber das tut er nun mal nicht. Und ich finde, das arbeitet der Film ganz gut auf. Und deswegen verstehe ich nicht, warum er wieder in diese, wenn es von dieser Forschung von der Uni weggeht, warum er wieder in diese Klischees zurückfallen muss. Das hätte der, glaube ich, besser erzählen können. Ja, also das ist wirklich so ein Story-Element, was den Film nicht aufwertet, weil das eben so 0815-Liebesgedöns ist, was man schon tausendmal erlebt und erzählt bekommen hat. Das hat einen Alleinstellungsmerkmal und das ist, dass Sex Ausgleich ist. Das ist das Einzige in dieser Love-Story, was bei den Leuten hängen geblieben ist. Ansonsten ist es einfach nur Romanze nach Formel, haha, Formel. Genau, ja. Und ansonsten hätte man das wirklich weglassen können und sich auf das Thema konzentrieren. Weil ich finde thematisch und auch vom Talent der Schauspielerin, da kommen wir gleich noch dazu, bietet dieser Film mehr als genug, um für sich zu stehen, ohne dass man auf solche Klischees zurückgreifen muss. Es fühlt sich einfach nur so an, als müsste man das machen, um, was weiß ich, ein gewisses Publikum abzuholen. Da gibt es einen Liebesfilm im Kino oder um den Film in die Länge zu ziehen, damit man halt eben sagen kann, ja gut, das ist jetzt kein 80-Minuten-Clip. Ja, genau, absolut. Genau, das schon angesprochen, die Schauspielerinnen und Schauspieler. Also ich muss sagen, ich finde die Hauptdarstellerin Ella Rumpf, die eben die mag, spielt, macht das sehr, sehr gut. Ich habe dir gerne dabei zugeschaut und auch, wie sie diese Wissenschaftlerin da verkörpert. Und ich fand das echt, das fand ich wirklich gut. Und auch der Rest eigentlich, die Leute, die unsympathisch sein sollen, wie zum Beispiel der Dr. Vater, sind auch wirklich unsympathisch. Und die Leute, die man mögen soll, mag man dann irgendwie auch. Also das ist jetzt kein großes Versäumnis. Wie ging es dir da? Also die Hauptdarstellerin Ella Rumpf, die hat mich begeistert. Die hat mich richtig mitgerissen in diesem Film, muss ich wirklich sagen. Ich habe mir einfach nur gedacht, also entweder ist diese Frau genau diese Art Nerd, die ich da auf der Leinwand sehe, oder ist es einfach nur eine unglaublich brillante Schauspielerin, weil man ihr diese Rolle zu jeder Sekunde abnimmt. In jeder Szene, egal ob sie jetzt gerade begeistert ist, ob sie eingeschüchtert ist, ob sie nicht weiter weiß. Sie tut diese Emotionen so richtig ausstrahlen und man hat es ihr so richtig abgekauft. Also ich weiß nicht, ich war wirklich begeistert von ihr und das sage ich sehr selten so explizit bei Schauspielerinnen oder allgemein bei Schauspielern auch. Ich finde auch, ich fand auch, dass es mich gut macht. Ich habe noch einen Kreditpunkt, der sich jetzt auch an anderen eigentlich anknöpft, nämlich ich fand ihn dann teilweise auch schon sehr vorhersehbar. Ich sage jetzt nur Stichwort Mayong. Also da gibt es eine Kamera, die sich auf der Spülung weiß eigentlich, was damit passieren wird. Macht den Film jetzt nicht unbedingt schlechter und er geht auch nicht mal zwei Stunden. Also das passt dann schon, wenn das so komprimiert wird. Ging es dir da auch so? Ja, also das haben wir ja eigentlich schon mit der Liebesgeschichte so leicht angedeutet, dass das so einige Minuten des Films sind, die man sich hätte sparen können, wodurch er eben länger gemacht wird, als er es eigentlich sein müsste. Aber ich muss zugeben, diese Mayong-Geschichte, die fand ich irgendwie ziemlich cool. Also beim Schauen. Ja, ich auch. Ich auch, absolut. Man wusste, also ich kannte das Spiel vorher nicht, aber als es einem erklärt und gezeigt wurde, hat es irgendwie so das Interesse geweckt und obwohl man wusste, in welche Richtung es mit diesem Mayong-Spiel gehen wird, storytechnisch, hatte man irgendwie doch Bock, das Ganze zu verfolgen. Also wie das dann wirklich sich entwickelt, bis es eben zum bekannten Finale kommen wird. Aber das hat echt Spaß gemacht und ist so ein Ding, wo ich sage, ja, wieso nicht öfter mal Mayong im Kino sehen? Ja, statt Poker einfach jetzt mehr Mayong, da bin ich auch dafür. Und ich finde auch, also mich hätte mir jetzt auch nichts ausgemacht, wenn der Film in diese Richtung weitergegangen wäre, dass sie dann ihr mathematisches Talent dazu einsetzt, Leute da und über den Tisch zu sehen oder was auch immer. Wäre ein schöner Twist gewesen, hätte ich genommen, passiert leider nicht, aber fand ich eigentlich so mit den coolsten Teil von dem ganzen Film, wie sie dann anfängt, diese Leute da bei Mayong abzuziehen. Definitiv, also das war so ein Story-Element, wo ich dachte, ja, das wiederum passt. Es ist nichts Besonderes, aber hier ist es passender als in anderen Filmen, eben weil das Mayong und Mathe ist. Das kam sehr gut zusammen. Und auch, was mir auch gefallen hat, was in Erinnerung geblieben ist, ist dieser keltische Stein, den sie da ständig hat, gell? Diesen Drehstein. Genau, das ist richtig cool. Also ich kannte den vorher gar nicht, steinigt mich, aber ich wusste von diesem Stein nichts. Und als ich den dann im Film gesehen habe, dachte ich, hm, richtig cooles Teil. Also das sind so kleine Elemente, die den Film hier und da immer mal wieder ein bisschen aufwerten, ohne dass es Meisterwerk macht. Mhm, finde ich auch. Und ich hätte zum Schluss noch einen Fun-Fact aus der Wikipedia. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, wie gesagt, Quelle Wikipedia hier. Aber wenn das stimmt, finde ich das eigentlich ganz cool. Und zwar steht in der Wikipedia zu dem Film, dass die technische Beraterin des Films, die eben Mathematikerin ist mit dem Namen Ariana Messert, die hat halt dafür gesorgt, dass die ganzen Sätze und Formeln, die sie im Film schreiben, tatsächlich als Sinn ergeben und dass da kein Scheiß an den Tafeln und so steht. Und die soll während des Films einige hilfreiche Weiterentwicklungen für die Suche der Goldbaschen oder den Beweis der Suche der Goldbaschen Vermutung gefunden haben. Sehr cool. Wenn der Film dabei hilft, mal dieses mathematische Problem zu lösen, wäre doch auch irgendwie cool. Ja, und das ist auch etwas, was wir uns im Kino gefragt haben, so nach dem Motto, wir sind da gesessen, ich wette mit dir, das, was da an der Wand steht, das ist nicht nur gekritzelt. Ich wette, das stimmt und so stimmt. Also da wird es irgendwelche, in Anführungszeichen nicht böse gemeint, Freaks geben. Die haben sich damit so auseinandergesetzt, dass das, was die an die Wand kritzeln, tatsächlich Sinn ergibt. Ja klar, das passiert ja bei Schach zum Beispiel auch bei Queen's Gambit oder so, dass sie tatsächlich als Schachspieler den Schachspieler ranholen und schauen, dass die Partien, die gespielt werden, tatsächlich sinnvoll sind. Und dass nicht auf einmal sieben Springer am Brett stehen und drei Könige oder so. Und dass das tatsächlich dann Sinn macht. Das ist halt eben auch so ein optischer Teil des Films gewesen, der mich ein bisschen, oder der ein bisschen so Teil der Faszination ist. Wenn da ganze Räume voller Formeln sind, wenn da die Bude auf den Kopf gestellt wird, das würde ich jetzt nicht als Spoiler betrachten, das ist ja nur ein optischer Faktor. Das macht schon was her, ne? Also das sieht man so ja nicht alle Tage. Absolut, absolut. Von daher? Gut, ich glaube, ich habe alles zu dem Film gesagt, was ich sagen wollte. Hast du noch Punkte? Nicht wirklich. Ich denke, meine Faszination ist gut rübergekommen. Also dafür, dass mich Mathe nicht interessiert, trotz meiner guten Noten, unglaublich, was dieser Film auf die Beine stellt, für das, was er ist. Ja, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, ich habe nur gesehen, Olle geht zum Mathe und habe ihn geschaut. Das heißt, anscheinend funktioniert der Film zumindest auf einer gewissen Ebene, auf der Forschungsebene zumindest, wenn man immer noch Fassionen für Mathe hat, genauso wenn man keine Fassionen mehr für Mathe hat. Das ist ja schon mal schön, dass er zumindest auf der Ebene dann doch bei uns beiden funktioniert hat. Auch wenn ich ihn dann leider in vielen Teilen zu klischeehaft fand. Aber der Teil hat zumindest gut bei mir funktioniert. Ja, also ich kann so viel sagen, bei uns im Kino kam er recht gut an. Also nicht überragend. Er hat nicht so viele Fünf-Sterne gekriegt, aber viele Drei- und Vier-Sterne. Also absolut positiv angekommen, der Film. Und in meinen Augen definitiv einen Blick wert. Das ist jetzt ein bisschen schon so Teil von meinem Fazit. Aber ich würde ganz klar sagen, wenn ihr die Gelegenheit habt, den Film anzuschauen, spätestens auf Prime oder Netflix, dann nutzt die Gelegenheit, gebt dem Film eine Chance. Im Kino, gut, ist jetzt nicht unbedingt diese Art Film, die man im Kino gesehen haben muss. Aber etwas, wo du sagst, gut, wenn du dich mit Mathe befasst, mit Schule, Studium oder irgendwas in die Richtung, ist das so ein Film, da kann man mal ins Kino gehen. Ja, man kann sowieso immer ins Kino gehen. Das sowieso. Gut, dann bedanke ich mich mit dir, Werner, für die Besprechung hier. Den Tele-Stammtisch findet ihr überall, wo es Lives gibt, also Spotify, Instagram und jetzt auch auf Discord. Da haben wir einen neuen Community-Server. Wir würden uns freuen, wenn ihr dort vorbeischauen würdet. Und in dem Sinne, hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss zusammen und denkt dran, eins und eins gibt eins. Bingo. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.